Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo zusammen, heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Mein Name ist Karl Schreiber und ich vertrete heute Clemens Benkel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bei uns seid ihr in Sachen Stadtnachrichten auf der sicheren Seite. In unserem Podcast bekommt ihr eure Hamburg-Infos von Montag bis Freitag zuverlässig ab 17 Uhr. Viele von euch werden in den vergangenen Tagen schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen sein. Egal ob zum Plausch, beim Glühwein oder bei einer Karussellfahrt mit den Kindern. Deshalb habe ich mir heute Robert Kirchhecker ins Podcast-Studio von Hamburg aktuell eingeladen. Er ist Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. Neben mehreren Weihnachtsmärkten bei uns in der Stadt kümmert er sich auch um den Dom auf dem Heiligen Geistfeld. Vor zehn Tagen ist der Winterdom zu Ende gegangen und da habe ich ihn gefragt, ob Winterdom und Weihnachtsmärkte in Hamburg miteinander konkurrieren. Wenn das Wetter mitspielt, das muss man einfach auch mal in der Deutlichkeit sagen, dann sind beide Veranstaltungen total stark frequentiert. Also der Winterdom nimmt da keinen Abbruch, überhaupt nicht. Das hat man früher immer mal so gedacht. Mensch, oh Gott, diese Veranstaltung da in der Innenstadt und dann zieht das ja da die Leute hin. Nein, tut es nicht. Der Winterdom ist gesunder zu betrachten als Kirmesveranstaltung und wird von den Besuchern angenommen und der Weihnachtsmarkt nochmal extra. Wenn ihr Mieter seid, landen bei euch vielleicht auch gerade hohe Betriebs- und Heizkostenabrechnungen im Briefkasten. Laut Mieterverein zu Hamburg sind Nachzahlungen von 500 bis 800 Euro die Regel. Im Extremfall können es auch schon mal 6000 Euro sein. Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg. Sie fordern dazu auf, sich im Zweifel Hilfe zu holen und die gibt es bei den Grundsicherungsämtern und im Jobcenter. Ich kann mir auch Hilfe holen, wenn ich sonst Normalverdiener bin. Es ist so, dass in dem Monat, wo die Nachzahlung fällig wird, wird die Nachzahlung zur Miete dazu gerechnet, das ist meine Gesamtbelastung. Nehmen wir an, ich hätte 1000 Euro Miete normalerweise. Jetzt habe ich 2000 Euro Nachzahlung, habe ich 3000 Euro Kostenbelastung. Wenn mein Einkommen netto bei 3500 Euro ist, dann ist da auf jeden Fall Luft, dass dort etwas übernommen werden muss. Gut zu wissen. Es kann sich also lohnen, wenn ihr eure Nebenkostenabrechnung einmal vom Amt checken lasst. Jetzt geht es dem ehemaligen Entführer unseres Hamburger Sozialwissenschaftlers und Tabakerben Jan-Philipp Reemzmer wohl an den Kragen. Denn die Staatsanwaltschaft Köln hat im Prozess gegen Thomas Drach jetzt ihr Plädoyer gehalten. Und was gefordert Karl? Ja, staatliche 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Sollte der Richter so entscheiden, würde Drach nie wieder aus der Haft entlassen werden. In dem Prozess ging es um Überfälle auf Geldtransporter vor Ikea-Märkten in Köln und Frankfurt aus den Jahren 2018 und 2019, sowie einen weiteren Überfall am Flughafen Köln-Bonn. Dabei hatten die Täter rund 142.000 Euro erbeutet. Bei zwei Überfällen habe Drach auf Geldboden geschossen, was laut Staatsanwaltschaft versuchter Mord war. 1996 hatte Thomas Drach den Tabakerben und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Reemzmer hier in Hamburg entführt und nach 33 Tagen ging eine Zahlung von 30 Millionen Mark wieder freigelassen. Ein Großteil der Beute ist bis heute verschollen. Danke Karl. Wenn das Urteil fällt, sagen wir euch natürlich Bescheid. Kleine Warnung für alle nahe an der Elbe-Parker. Unser Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie erwartet für morgen Abend und Freitag Sturmfluten bei uns in Hamburg und in Schleswig-Holstein. Carolina, wir müssen uns aber keine großen Sorgen machen. In Hamburg wird am morgigen späten Abend die Sturmflutmarke von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Das ist aber noch nicht so viel. Ab dem Wert fängt das Bundesamt erst an zu warnen. Etwas anders könnte das dann am Freitag aussehen. Da heißt es, dass die Wasserstände höher ausfallen könnten. Ob aber die Marke einer schweren Sturmflut von 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, ist demnach noch nicht klar. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in Hamburg Aktuell tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Bei mir im Podcast-Studio von Hamburg Aktuell ist heute Robert Kirchhecker. Er ist Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. Schön, dass du da bist. Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf. Wie bist du denn Schausteller geworden? Ja, das wird man, also das ist ja kein Beruf, das ist eher so eine Berufung. Also eigentlich bin ich damit ja groß geworden und meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern waren schon immer in dem Beruf tätig. Ich hatte andere Möglichkeiten mit Sicherheit nach der Schule, nach einer Ausbildung eventuell etwas anderes zu machen. Das kam für mich nie in Frage. Wenn man auf dem Jahrmarkt groß wird, von klein auf an, ist das schon mal nochmal ein anderes Feeling, als wenn man das, sag ich mal, als Besucher wahrnimmt. Und du hast jeden Tag mit deinen Freunden da zu tun, Karussellfahrten, alles ist umsonst, du spielst, du bist immer dabei. Und teilweise auch bei manchen Kollegen dann auch, dass man immer so ein bisschen in einer anderen Stadt ist. Also innerstädtisches Reisen, also für mich kam nie was anderes in Frage. Du kommst also auch aus einer Schaustellerfamilie? Absolut, schon immer und ewig, ja. Und bist jetzt auch noch viel unterwegs oder bist du jetzt auf Hamburg bezogen und hier quasi lokalisiert? Meine Reiseroute bezieht sich überwiegend im norddeutschen Bereich. Das geht dann bis Bremen, aber auch bis Goslar und dann ist eigentlich bei mir schon Schluss. Das ist so, das ist das Klientel, was ich so abdecke. Dadurch, dass man eben den Hamburger Dom dreimal im Jahr jeweils einen Monat beschickt, ist das schon eine lange Veranstaltung. Und als du klein warst, als deine Eltern Schausteller waren, wart ihr da mehr in Deutschland unterwegs oder hat sich das auch auf den norddeutschen Raum beschränkt? Überwiegend war die Reiseroute so. Das ging vielleicht nochmal ein bisschen weiter runter bis Ippenböen oder so, die Geschichte. Aber ich sag mal München, da ist Familie von uns zum Oktoberfest, die dort auch ansässig sind. Aber wir selber eigentlich überwiegend der norddeutsche Bereich. Du bist jetzt ja Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. Seit wann bekleidest du diese Funktion? Als erster Vorsitzender circa sechs Jahre jetzt. Vorher war ich Vizepräsident eine ganze Zeit lang. Und ja, also eine Menge Arbeit, die ansteht und auch anstand. Ich nenne mal die Corona-Phase, die eine schwierige Zeit war für alle. Und das muss man dann auch erstmal so meistern. Und wir haben knapp 200 eigenständige Betriebe, selbstständige Unternehmen, die bei uns Mitglied sind. Und da gilt es sich, um diese Personen dann zu kümmern, um diese Betriebe zu kümmern, dass keiner auf der Strecke geblieben ist. Und das hat doch funktioniert. Ja, super. Kannst du vielleicht nochmal allgemein beschreiben, was zu den Aufgaben gehört? Du hast es jetzt schon kurz angerissen, aber vielleicht nochmal so. Ja, wir haben ja als großes Volksfest den Hamburger Dom direkt in Hamburg. Und da ist meine Aufgabe eben als Verbandsvorsitzender zu gucken, wie die Platzierungen laufen. Wer wird denn alles neu platziert werden im Laufe des gesamten Jahres? Da haben wir Absprache mit der Verwaltung, so wie wir das vorgestern erst hatten. Das ist die sogenannte Planschau, die dann ist. Wer wird wo platziert? Was genau sind Neuheiten? Kann man den zulassen? Kann man den nicht zulassen? Was liegt dagegen vor? Alles solche Themen. Aber eben auch, was bewegt in Hamburg, wenn von außen irgendetwas passiert, dass eine Bebauung auf dem Domgelände vorliegt. Oder irgendwelche Dinge, wo wir uns als Schauschüler raufhängen können. Dann bin ich da und stehe ich auch gewehr bei Fuß und weiß dann schon, meine Arbeit zu machen. Über den Dom werden wir gleich nochmal sprechen. Jetzt würde ich nochmal auf die Weihnachtsmärkte zurückkommen. Der Schauschülerverband, der betreibt ja auch die Weihnachtsmärkte hier in der Stadt. Wie läuft es in diesem Jahr? Sehr gut. Also es jetzt anfängt zu regnen und deutlich schon muss ich mal sagen, dass wir die letzte Woche auch schon noch finanziell eigentlich bräuchten. Und ich weiß noch nicht, wo das so ganz extrem Sinn tendiert. Aber ich muss sagen, eigentlich ist es so, dass alles nach Corona ängstlich war und schlecht gesprochen oder geredet wurde. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also Volksfeste, so wie auch unsere Weihnachtsmärkte, sind total gewollt. Wir haben unheimlich Zuwachs. Es sind unheimlich viele Menschen in der Stadt. Und ja, die konsumieren dementsprechend auch. Als wenn so dieses Gefühl, jetzt erst recht. Und ja, wir machen das gerne mit. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt negativ der Zukunft entgegen. Anfang Dezember war ja die Thematik rund um die GEMA-Gebühren auf den Weihnachtsmärkten in den Schlagzeilen. Da hieß es dann, Gebühren für Musik auf Weihnachtsmärkten steigen drastisch. Das Problem, die GEMA berechnet die Gebühren seit einiger Zeit nicht mehr nur für die tatsächlich beschallte Fläche, sondern für das gesamte Areal, auf dem der Weihnachtsmarkt stattfindet. Das heißt, die Gebühren steigen deutlich. Wie ist da der aktuelle Stand bei dieser Thematik? Ja, wir sind jetzt im Austausch mit der GEMA. Wir haben da jetzt viele, viele Telefonate diesbezüglich schon geführt. Aber es war tatsächlich so, also wirklich eine Katastrophe, reine Katastrophe. Ich darf das gerne sagen. Ich bin ja Betreiber der Zwei-Weihnachtsmärkte-Spitalerstraße sowie der Gerhard-Hauptmann-Platz. Und da haben wir so circa ein GEMA-Gebühren um die 5000 Euro gelegen für Beschallungen dieser Flächen, die dort sind. Man muss sich das so vorstellen, dass wir ja quadratmetermäßig die Beschallungen der einzelnen Buden angeben, von denen auch wirklich Beschallung ausgeht. Aber die GEMA sagt als solches, nein, der Besucher, der nur durch die Spitalerstraße durchläuft oder den Gerd-Hauptmann-Platz tangiert, der nimmt diese Beschallung wahr und dann muss man die komplette große Fläche bezahlen. Auch wenn da vielleicht man gar keinen Commerz mit erzielt, also dass man da gar keinen Gewinn von hat. Warum auch? Weil da läuft ja nur mal jemand lang, der will den Weihnachtsmarkt gar nicht besuchen. Aber GEMA sagt, nein, ist eure Fläche, ihr habt so und so viele Quadratmeter und die sind zu bezahlen. Und dann haben wir mal eben eine Preissteigerung gehabt, sag ich mal so. Wir waren jetzt bei 5.000 Euro. Wir sollen jetzt mal eben schlappe 40.000 Euro zahlen. Nur für Beschallung. Aber wir sind im Austausch. Und wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird auch im nächsten Jahr weiter Musik stattfinden. Und wenn wir da eine Einigung finden, dann hoffe ich, wir sind da im Moment auf einem guten Weg. Dann wird es, wie gesagt, im nächsten Jahr auch weitere Musikdarbietungen geben. Wann Laubsug ist dann mit einem Ergebnis zu rechnen oder mit einer ... Definitiv nach Beendigung dieses Weihnachtsmarktes schon, weil die Abrechnung ja kommt. Und wir gucken müssen, wie die GEMA sich jetzt verhält. Es wird im nächsten Jahr massive und harte Kontrollen geben seitens der GEMA. Die sagen, okay, das machen wir dann jetzt. Einmal ist jetzt einmal, gut, so auf Deutsch gesagt, also ein Machtwort gesprochen. Es ist ja nicht so, dass sie ihre Gebühren erhöht haben, sondern sie legen sie halt einfach nur um, anders um. Sie sagen jetzt, nein, komplette Bereich, das wollen wir halt bezahlt haben. Und das geht nicht. Also da muss man sich vorstellen, und dann bezahle ich als Veranstalter den kompletten Bereich. Und eine Firma, die da steht mit ihrem Stand, die auch eine Bestellung hat, zahlt trotzdem noch mal GEMA. Obwohl wir die ja noch mal schon bezahlt haben, also doppelt gesehen. Das muss man alles abwägen. Und ich glaube, dass wir jetzt, so wie die Gespräche verlaufen sind, im Moment auf einem guten Weg sind. Und wenn es da die Einigung gibt, so wie wir uns das vorstellen, dann wird das so im nächsten Jahr wieder stattfinden. Aber du hast es schon gesagt, die Betreiber der einzelnen Buden, die zahlen ja selbst auch noch mal GEMA-Gebühren und sind davon von dieser Streitigkeit gar nicht betroffen in dem Fall, ne? Ja, natürlich. Das sind sie auch. Es kommt drauf an. Es werden jetzt Messungen geben. Das heißt also, die GEMA sagt, du, ich gehe jetzt hier hin. Und wenn die Beschallung uns zu laut ist, kann das durchaus sein, dass der Betreiber dann die ganze volle Summe auch aufhändig bekommt. Dass die dann sagen, nee, nee, macht man nur eine Beschallung. Also da wird man sich streiten natürlich. Und dann sagtest du, mach mal nur eine Beschallung, die du hier immer innerhalb hörst. Aber sobald du hier, sag mal, diese Glühweintische da vorne und da hören das jetzt auch Menschen, da können wieder welche vorbeilaufen. Da wollen wir mal quadratmetermäßig viel, viel mehr haben. Ist ein bisschen ein schwieriges Pflaster. Und wie gesagt, immer jedes Jahr neue Probleme auf uns zu. Aber das ist schon ein Batzen. Also das ist schon enorm viel. Das muss man ja wissen. Das ist ja nicht gleich so 35.000 Euro Steigerung. Heißt ja nicht 35.000 Euro mehr Umsatz. Viel, viel mehr Umsatz. Und das überhaupt erstmal zu generieren. Die Frage ist, lohnt sich das dann in dem Fall überhaupt noch dann Musik zu spielen? Es gehört einfach dazu. Es geht ja nicht. Also auch unsere Livemusik. Wir haben ja zweimal Darbietungen am Tag mit Livemusik bei uns auf der Bühne. Das wird nochmal anders bewertet, weil man dann sagt, da geht es erst recht die Beschallung fürs ganze Gelände. Aber wir müssen sehen. Und ich bin der Meinung, gehört einfach weihnachtlich dazu. Es gab ja auch einen Tag der Stille, oder? Am 4. Dezember ist das so? Bundesweit. Die Kollegen haben sich da draufgehangen und wir wollten dann ein Zeichen setzen und sagen so, so klingen die Weihnachtsmärkte, wenn eben keine Musikdarbietungen sind. Wir bleiben gespannt, was da rauskommt. Jetzt möchte ich noch einmal auf den Dom zu sprechen kommen. Der ist ja vor gut 10 Tagen zu Ende gegangen. Welche Neuheiten gab es denn dieses Jahr auf dem Winterdom? Da haben sie mich jetzt, weil ich ja überwiegend viel auf dem Weihnachtsmarkt bin. Also wir haben den Laternenumzug definitiv schon mal für die kleinen Kinder gehabt. Das war so als Highlight, auch so als Neuheit. Dann haben wir den Bunkerbereich anders beleuchtet. Da gab es so eine Leserdarbietung da drauf, wenn sie darauf ausstoßen. Aber Fahrgeschäftssektor haben wir immer zwei, drei Neuheiten zu jeder Domveranstaltung. Sie wissen, dass der Dom unheimlich stark frequentiert wird, auch von Besuchern, weil wir sehr viel Tourismus in der Stadt haben. Dementsprechend werden die Kollegen im ganzen Bundesgebiet natürlich hellhörig auf diese Veranstaltung, weil sie eben auch vier Wochen an selbiger Position ist. Man hat nicht ganz so viel mit Kosten zu kämpfen und jeder möchte ganz gerne einen Stammplatz auf dem Hamburger Dom ergattern. Und wir werden zum Frühjahrsdom auch wieder Neuheiten haben, wenn ich das mal so sagen darf. Aber speziell jetzt die Sache, was ich gerade angesprochen habe, fand ich das schon eine tolle Sache. Wodurch entsteht denn für dich als Schausteller das besondere Flair auf dem Dom? Jeder Dom ist ja einzeln zu betrachten. Also wenn man den Winter, dann haben wir die Winterzeit. Wir machen relativ früh die Lichtersituationen ja an, wobei man sagen muss, dass das schon absolut auf Sparflamme ist, weil das schon vor zehn oder zwölf Jahren auf so einen LED-Bezug ja umgestellt worden ist. Man verbraucht halt nicht mehr so viel Strom, aber man hat trotzdem dieses Gefühl, oh, es leuchtet alles, bling, bling, alles ist toll. Man hat zur kalten Jahreszeit eher so die Möglichkeit, in häumliche Räumlichkeiten reinzugehen, dann auf der Meile lang zu schlendern und das Ganze zu genießen, wobei es im Sommer relativ offen gestaltet ist. Das heißt also sehr viel Fahrattraktionen, Schau-Belustigungsattraktionen, die mit Wasser zu tun haben, weil es ja doch eben die wärmere Jahreszeit ist, wo man sich dann gerne mal nass spritzen lassen kann, wo andere Möglichkeiten angeboten werden, dass man Trinkphasen unterwegs mal einhalten kann, weil wir da spezielle Automaten für gestellt haben. Und also jeder Dom ist einzeln zu betrachten. Und der Älteste als solches ist ja der Winterdom, den wir jetzt hatten, mit 130-jähriger Geschichte auf dem Gelände. Der Zoom selber ist ja weit, 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 weit über knapp an 700 Jahre schon ran. Aber auf dem Domgelände Heiligen Geistfeld sind wir jetzt 130 Jahre gewesen mit dem Winterdom an dieser Stelle. Jetzt hat ja der Winterdom teilweise parallel zu den Weihnachtsmärkten stattgefunden. Gibt es da eigentlich eine Konkurrenz oder wie siehst du das? Überhaupt gar nicht. Also das sieht man daran, wenn das Wetter mitspielt, das muss man einfach auch mal in der Deutlichkeit sagen, denn sind beide Veranstaltungen total stark frequentiert. Also der Winterdom nimmt da keinen Abbruch, überhaupt nicht. Das hat man früher immer mal so gedacht. Mensch, oh Gott, diese Veranstaltung da in der Innenstadt und dann zieht das ja da die Leute hin. Nein, tut es nicht. Der Winterdom ist gesunder zu betrachten als Kirmesveranstaltung und wird von den Besuchern angenommen und der Weihnachtsmarkt nochmal extra. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard, die spricht von einer beeindruckenden Bilanz. Sie zeigt, dass eine so traditionsreiche Veranstaltung wie der Hamburger Dom seine Anziehungskraft behaupten kann. Also sie zieht eine positive Bilanz. Welche Bilanz ziehst du denn jetzt vom Winterdom dieses Jahr? Also ich sage ja, wenn das Wetter mitgespielt hätten, dann toppen wir hier irgendwie einen Rekord nach dem anderen. Und ich sage, nach Corona ging das so los, dass die Leute sagen, so dann irgendwie jetzt erst recht, dass es nie abgeflacht ist. Und der letzte Winterdom war schon sehr, sehr stark, also der, der davor war und der, der jetzt beendet worden ist, litt einfach nur darunter, dass wir unheimlich viel schlechte Wetterkapriolen hatten und sehr viel Starkregen. Und dann ist es natürlich für offenere Geschäfte, Kollegen im Außenbereich schon auch sehr schwierig, weil das Publikum weg bleibt. Das würde ich auch tun, kalt und nass. Aber ansonsten, diese Veranstaltung überhaupt nicht wegzudenken aus der Stadt Hamburg und das hat man auch erkannt seitens der Politik und deshalb hat man dieses Gelände ja auch erneuert für viel Geld. Wir bleiben dabei. Wie siehst du denn die Zukunft der Schausteller im Allgemeinen? Also so wie es jetzt ist, total positiv. Es gab sicherlich immer mal Phasen, wo es so ein bisschen auf und ab ging, aber wir haben uns immer durchgebissen und also ganz ehrlich, wir sind das beste Antidepressiver, was es gibt. Wenn man Sorgen hat zu Hause, wo nicht, wenn auf die Kirmes gehen, zu den Schaustellern gehen, es kostet ja nichts. Ich kann ja lang schlendern, die Meile. Ich muss keinen Eintritt zahlen, muss nichts. Ich kann das einfach genießen, dieses Flair, was da ist und ich kann über mein Portemonnaie dann selber entscheiden, wo will ich konsumieren, was möchte ich machen. Und das macht es so wirklich herrlich aus. Also es ist einfach abschalten und einfach mal diesen stressigen Alltag vergessen und dafür sind wir da. Wir haben ja schon kurz über den Frühjahrsdom gesprochen. Der findet vom 22. März bis 21. April 2024 statt. Auf was können wir uns denn da freuen als Besucher? Ja, wir hatten Besprechungen, da gibt es ja noch so ein bisschen, ich sag mal, die Möglichkeit, dass der ein oder andere Betrieb eventuell nochmal absagt und ein neuer dazukommt und so, aber wir haben ein, zwei Neuheiten. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon verkünden darf. Das ist ein bisschen verfrüht. Kann immer mal sein, dass da noch eine Umstrukturierung ist. Dann hieß es auf einmal, Mensch, der Kirchegard hat da schon da im Radio rausposaunt. Deshalb mache ich das nicht. Aber ich kann sagen, also der Frühjahrsdom wird genauso attraktiv werden wie die Jahre zuvor, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Es sind ein paar Umplatzierungen, die dort stattgefunden haben. Das Publikum wird das vielleicht als solches wahrnehmen. Ansonsten kann ich nur raten, besuchen Sie den Frühjahrsdom und Sie werden eine Menge Spaß haben. Definitiv. Okay. Gibt es jetzt noch was zum Ende unseres Gesprächs, dass du sagen möchtest, worüber wir nicht gesprochen haben? Schwierig. Also wir haben schwierige Phasen, wir haben eine schwierige Zeit, wir haben den Krieg im Grunde genommen vor der Haustür. Aber ich kann nur sagen, wenn man so ein bisschen ruhig und besinnlich doch noch den Jahresausklang finden sollte, dann gehen Sie noch, besuchen Sie noch unsere Weihnachtsmärkte, nehmen Sie so ein bisschen Abstand vom, ja, von dem Geschehen, was Sie vielleicht in den Medien immer für wahrnehmen. Wo kann man das nicht besser tun, als wenn man vielleicht noch mal die bunten Lichtermeilen bei uns in der Innenstadt dann lang schlendert und den ein oder anderen Glühwein oder auch das ein oder andere eben konsumiert und so ein bisschen die ganze Sache vergisst. Das kann ich nur sagen. Und ich wünsche allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sagt Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast. In der vergangenen Woche ist die 28. Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Über die Ergebnisse der COP, also der Conference of the Parties, spricht Markus Stehn morgen mit dem Wetter- und Klimaexperten Frank Böttcher. Welche Auswirkungen haben die Beschlüsse für Hamburg? Darum geht es morgen in der nächsten Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen und Vorschläge könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten.hamburg2.de. Ich bin Karl Schreiber. Bis dann. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.